Und jetzt sind wir hier auch wieder Fahrzeug-Setup. Ähm, ja. Ja. Alles benutzerdefiniert. Ja, komm. Frontfügel. Ich will jetzt hier nicht so in Trockenreifen auf jeden Fall. Mischung, weich, oder? Ja. Ähm, Suspension, Bodenfreiheit. Ja, nee, weniger, weniger. Glaube ich, oder ist besser weniger? Ähm, hier ändere ich lieber mal nichts. Nee, nicht speichern. Komm, ich lasse es jetzt einfach mal so bestätigen. Und Garage verlassen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich schon fast drei, äh, ja, ich habe drei Folgen. Und, ähm, also ich, ja. Okay, nee, ich sage, ich habe nichts gesagt. So, ich fahre jetzt extra mal ein bisschen langsamer, damit wir hier uns alles angucken können. So, das hier ist die schnellste Strecke, die es jetzt gibt. Also, der schnellste Punkt, den es hier gibt. Hier ist der Maxi-Squid. Nee, ich fahre jetzt mal ein bisschen zurück. Ne, da ist halt, der Skri, der ist jetzt nicht angeschaltet. Aber, im Rennen ist der dann halt auch. So, hier geht's dann einfach mal weiter. Hier kann man halt so parken, ne, wie man will. Nee, also, das ist so, ja. So, und letztes Mal, im letzten Jahr, gab's hier, hier, ja, genau, hier gab's einen Unfall. Und da hat der Fahrer den, das, ähm, das Lenkrad, das kann man da so rausnehmen halt. Dann hat man sozusagen die Handbremse aktiviert. Jetzt ist, äh, gelbe Flagge, weil wir hier stehen. Ähm, und der hat das dann einfach auf dem, ja, auf die Straße geworfen. Er ist dann auch rübergefahren. Und der hatte dann auch Schaden. Aber er musste nicht, ja, mach die Flagge weg, Alter. Hm, hm, was willst du? Zieh durch die mal rein, ey. Warte. Hallo? Anna. 1,2, 3,5. Äh, ja, also, ne, eine, einmal. Phanta zum Mitnehmen. Dann, ne, eine, eine Phanta, bitte. Und, ja, sehen wir uns gleich wieder, ne? Maricdonie, 20, 20, 20, 20,30. Ja, treu, ich bin hier. Ne? Drive-In? Okay. Also, dann fahren wir einfach mal weiter. So, hier die Kurve. Dann gibt's hier ein bisschen engere Kurve. So, ne? Hier ist wieder so ein Drive-In. Hier sind wieder so welche Typen. So, hier ist ein kleiner Kaffee-Stand. Ist wieder so einer. Die sehen alle gleich aus. Ja, hier kann man, ne? Wieder so ein Drive-In. So, dann kommen wir gleich zur langsamsten Stelle des Formel 1. Das ist hier... Was ist hier denn auch die Palme? Die berühmte Palme, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Ja, ist ja die Palme, ist ja die Palme... Ne, die Palme ist doch nicht. Ach ja, in 2004 war die ja auch noch kleiner als jetzt. Aber jetzt ist sie leider weg. So, hier ist ein Schiff, ne? Sehr schön. So, jetzt ist hier der berühmte Tunnel. Und da wird man immer so rausgezogen, weil der hat so eine komische Kurve. Wenn man... wenn man ein bisschen zu spät lenkt, ist man gleich im Arsch. So, hier muss man wieder langsamer werden. So, ich weiß jetzt nicht, warum man diese Kurve da machen muss, ne? Ich glaube, das ist einfach so. Aber im Rennen ist, glaube ich, jetzt hier so eine Wand. Also jetzt, wo ich hier bin, ist eine Wand. Denn früher haben auch mal manche Leute einfach mal eine Abkürzung genommen. Dafür müssten wir aber ein bisschen Strafe. So, und dann geht's hier weiter. Und ja, hier ist eine Schikane. So, und hier sind auch immer diese Kräne. Wenn hier immer so ein Auto festsitzt, dann kann das hier nicht mehr raus. Denn hier ist alles zugewandet für die Häuser, damit die nicht kaputt gehen. Und dann muss man halt immer mit einem Kran abgeschleppt werden. Denn es ist immer sehr lustig. So, hier kommt dann hier einmal Wenden. Diese Stelle hier ist auch sehr schwierig. Hier sind schon oft mal welche umgekommen. Also nicht gestorben, sondern hier geht's in die Box. Ja, jetzt machen wir mal die Strecken schnell. Und hier ist ja die Ziellinie. Das ist die einzige Stelle, wo man mal versuchen kann zu überholen. Das ist aber sehr schwierig. Genau deswegen, denn man darf nicht zu schnell fahren. Ich kann irgendwie mit dieser Kamera besser fahren. So, hier, ne? So. Scheiße. Also, die Strecke ist schon sehr schwer. So, und das ist dann eigentlich auch schon alles gewesen. Ich mach die Strecke, glaub ich, nochmal gleich besser. Also, muss ich nochmal gleich die ganzen Folgen raushauen. Ja. Ich glaube, das ist Let's Show, ähm, Let's Show Formel 1. So, dann kommt immer, ja, also das wäre jetzt Monte Carlo. Oder Monaco, weiß nicht, wie ich das nenne. Ich glaube, Monaco. Ja, also, Let's Show Formel 1 und dann, in Anführungsstrichen, Monaco. Ja, und wenn man das jetzt hier im Real Life macht, ist man, ist man gleich im Arsch, wenn man hier gegenfährt. Ne? Komikoto! Ah! Ich geh jetzt nur aufs Gas. Und hier geht das Auto auch nicht kaputt, das ist ja schön. Ich park mal hier kurz ein. Ach, geht nicht schon. So, wir wollen hier in die Schumme. Au. Perfekt, die Kurve. So, okay, dann. Tschüssi Kowski und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Show Formel 1 beim nächsten Rennen. Und das wird, glaube ich, in, weiß nicht wo. Weiß nicht, wo das sein soll, aber egal. Dann Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal. Und draußen ist ja auch im Moment so ein Pisswetter im Mai. Das Wetter ist wirklich echt richtig scheiße und, also, ist wirklich alles grau in grau. Alle Tage ist es grau, es gibt keinen Tag, wo es mal ein bisschen sonnig ist. Hier nochmal so weiß, es hat hier gerade gepisst. Und, ja, hier sieht man mal in den Himmel alles grau. Gar keine Sonne mehr, ich weiß nicht, warum die Welt so bestrahlt ist, so ein bisschen hell ist, aber... Und das macht einen immer so depressiv, aber deswegen nehme ich ja auf, damit ihr ein bisschen mit Spaß habt. Okay, dann Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Show Formel 1. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020